Und sicherlich geht es ihm auch um Erfahrung weiter zu fahren, denn mit seinem Team Unierler Schnurder steht nächste Woche Sonntag das erste Halbfinal an, aber jetzt geht es um den Ostseempokal und die Aufstellung im Lauf Nr. 13 ist folgende, mit der 7 und dem roten Helm steht Ihnen ein Hannes Gast. Dann, wie angekündigt oder wie beschrieben, mit dem blauen Helm bezweifelt der Geräusch zur Roter, auf der dritte Bahn, die weiße Kielung 14, Richard Geyer, außen dem gelben Helm, gekennzeichnet, Starten 1, Steven Mauer. ... Rundfunk Soll es unseren Dach! Schätze! Vielen Dank! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR